Ja, hallo. In diesem Video wollen wir zeigen, dass C eine Körpererweiterung von R ist. Dazu muss man zwei Dinge zeigen. Zum einen muss man zeigen, dass C ein Körper ist und dann muss man zeigen, dass R im C eingebettet ist. Gut, die erste Bedingung, die habe ich hier mal abgehakt. Das machen wir in einem anderen Video. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben bereits bewiesen, dass C ein Körper ist. Da muss man einfach nur die Körperaxiome nachweisen. Das ist einfach. Also müssen wir in diesem Video nur noch zeigen, dass R in C eingebettet ist und dazu muss ich zeigen, dass R isomorph zu einer Teilmenge von C ist. Gut, den Isomorphiebegriff erkläre ich in einem anderen Video. Da gehe ich mal von aus, das wissen wir also. Wir wissen, was Isomorphie ist. Gut, wie kann ich diese Isomorphie zeigen? Also um die Isomorphie zweier algebraischer Strukturen zu beweisen, muss ich zum einen zeigen, dass eine bijektive Funktion besteht zwischen diesen beiden Strukturen und das ist also eine, in unserem Fall eine Funktion von R nach C. Genauer gesagt zu einer Teilmenge von C. Gut, und dann muss man noch die Isomorphie-Gleichung beweisen, dass die gültig ist. Für eine additive Gruppe lautet die so und für eine multiplikative Gruppe lautet die so. Und da wir es hier mit einem Körper zu tun haben und ein Körper aus zwei Gruppen besteht, müssen wir natürlich beide Gleichungen beweisen, also dass die erfüllt sind. Gut, hier unten habe ich dann noch mal hingeschrieben, wie man zwei komplexe Zahlen multipliziert. Das habe ich nur noch mal hingeschrieben, falls ihr das vergessen habt, sozusagen als kleinen Service. Gut, beginnen wir mal hier oben mit 1. Wir müssen also eine bijektive Funktion angeben, von R nach, ja ich schreibe mal besser C Sternchen, da habe ich C geschrieben aus Versehen, von R nach C, also zu einer Teilmenge der komplexen Zahlen und diese Teilmenge bezeichne ich mal als C Sternchen. Ja, was ist das für eine bijektive Funktion? Also die soll reelle Zahlen als komplexe Zahlen schreiben. Ja, so eine Funktion muss ich finden und da definiere ich die Funktion F. F wird definiert und zwar folgendermaßen für alle, da schreibt man so ein umgekehrtes A, für alle reellen Zahlen, also für alle R Element von R gilt. R wird zugeordnet R0. Ja, also das hier ist ja, das muss ich erst noch mal erklären, weil manche das nicht wissen. Man schreibt eine komplexe Zahl A plus BI auch als geordnetes Zahlenpaar, also als AB. Die Gründe dafür, erkläre ich im anderen Video, ist einfach kürzer. Das I schreibt man einfach nicht mit, sondern schreibt einfach AB. So, also hier habe ich die die reelle Zahl R geschrieben als komplexe Zahl R plus 0 I. Ja, das ist also hier meine bijektive Funktion zwischen R und einer Teilmenge von C. Und die Teilmenge von C, das sind eben alle geordneten Zahlenpaare, bei denen die zweite Koordinate gleich 0 ist. Ja, und diese Funktion ist bijektiv. Sie ist nämlich surjektiv und injektiv und somit auch bijektiv. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt hier. Wir wollen die Isomorphie-Gleichung nachweisen, also dass die erfüllt sind. Gut, schauen wir mal an, was wir da machen. Wir haben also hier zwei reelle Zahlen A und B und die werden addiert. Ja, ich nenne die jetzt aber mal nicht A und B, sondern U und V. U und V und die werden ja hier addiert. Also mache ich hier mal so ein Pfeil hin und so ein Pluszeichen. Gut, was kommt da raus? Also wenn ich U und V, die reellen Zahlen U und V addiere, kommt U plus V raus. Gut, was machen wir dann als nächstes? Wir wenden diese Funktion an. Ja, das heißt, wir schreiben die reelle Zahl als komplexe Zahl und das hier ist ja eine reelle Zahl. Und da wenden wir jetzt, wie gesagt, die Funktion F an. Und die macht folgendes, die schreibt die reelle Zahl als komplexe Zahl und da erhalte ich eben, Augenblick, das muss ich ein bisschen enger schreiben, sonst kommt das gleich mit dem Platz nicht hin, da erhalte ich U plus V als erste Koordinate des geordneten Zahlenpaares und die zweite Koordinate ist gleich 0. Also ich habe einfach nur dieses Schema angewendet, die reelle Zahl als komplexe Zahl geschrieben und meine reelle Zahl heißt hier U plus V, ist also eine Summe, aber die Summe zweier reellen Zahlen ist ja auch eine reelle Zahl. Und diese reelle Zahl schreibe ich auf diese Art als komplexe Zahl, nach dieser bijaktiven Funktion, die ich mir da ausgedacht habe. Gut, also die linke Seite hier haben wir jetzt fertig. Wir haben die Summe gebildet, das war hier. Dann haben wir die Funktion F angewendet, das war da. Dann sind wir hier fertig und dann gehen wir zur anderen Seite. So, was wird da auf der anderen Seite gemacht? Da habe ich also die reellen Zahlen A und B wieder, also U und V und die werden jetzt nicht sofort addiert, sondern die werden erst mal als komplexe Zahlen geschrieben. Da wird also die Funktion F angewendet. Das ist die Funktion, die aus reellen Zahlen komplexe Zahlen macht und erst danach wird addiert. Also machen wir folgendes, wir schreiben die reellen Zahlen U und V hier mit Hilfe der Funktion F als komplexe Zahlen. Das ist dann einmal die komplexe Zahl U, 0 und einmal die komplexe Zahl V, 0. Okay. So, was machen wir als nächstes? Als nächstes werden diese beiden komplexen Zahlen addiert. Ja, also schreibe ich hier hin, die werden addiert. Ja, und dann mache ich jetzt mal so einen Kreis drumherum, damit wir sehen, das ist nicht die Addition reeller Zahlen, sondern das ist jetzt die Addition von komplexen Zahlen. Manchmal macht man das, da benutzt man dann ein anderes Rechenzeichen, ein Plus mit so einem Kreis drumherum. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. So, also die beiden muss ich jetzt addieren und wie addiert man zwei komplexe Zahlen? Also wie man die multipliziert, habe ich hier hingeschrieben, aber die Addition habe ich nicht hingeschrieben. Die ist ja so einfach, da muss man einfach nur die Realteile addieren, also U plus V rechnen und die Imaginärteile addieren. Da hält man 0 und dann ist man fertig. So, und jetzt vergleiche ich, ich gucke also hier, ob da wirklich ein gleicher Zeichen hinkommt. Sind diese beiden Zahlen gleich? Also wenn ich einmal so rumgehe und einmal so rum, ja, die sind gleich, brauche ich ja nur drauf gucken, mache ich ein gleicher Zeichen hin. Also diese allgemeine Isomorphie-Gleichung ist hier im Falle der komplexen Zahlen bzw. reellen Zahlen bzw. die ist bei dieser Einbettung hier erfüllt. Ja, und damit habe ich schon mal die Gleichung hier bewiesen, dass die erfüllt ist. Und dann gehen wir hier weiter zur nächsten Gleichung. Also die Gleichung müssen wir noch beweisen, dann sind wir fertig. Und das kann ich so weit wegwischen. Naja, nicht alles. Okay. So, also wir beginnen wieder hier auf der linken Seite. Wir haben zwei reelle Zahlen, die multipliziert werden. Die heißen jetzt nicht a, b, sondern u, v und die werden also multipliziert. Da mache ich mal hier so ein Malzeichen hin und da erhalte ich das Produkt u mal v. Das Produkt zweier reeller Zahlen. So, als nächstes muss ich hier diese Funktion f anwenden. Das war diese Funktion hier. Das war die Funktion, die aus reellen Zahlen komplexe Zahlen macht. Und wenn ich die anwende, dann erhalte ich eben so wie schon erklärt u mal v 0. Gut, dann sind wir hier auf der linken Seite fertig. Dann mache ich mal das weg. Und jetzt machen wir mit der rechten Seite weiter. Das heißt, wir bilden f von a und f von b. Also a und b, die reellen Zahlen heißen hier wieder u und v. Und da wenden wir jetzt also auf die beiden hier die Funktion f an. Das heißt, wir machen, ich schreibe es mal hin. Wir wenden die Funktion f an. Das heißt, wir machen wieder aus reellen Zahlen komplexe Zahlen. Einmal aus der reellen Zahl u. Da machen wir dann u 0. Und aus der reellen Zahl v machen wir die komplexe Zahl v 0. Und hier mache ich mal so ein Semikolon zwischen. Also die sind hier noch nicht multipliziert. Da wurde einfach nur die Funktion f angewendet. Aus reellen Zahlen, aus zwei reellen Zahlen wurden zwei komplexe Zahlen gebildet. So, und erst jetzt mache ich hier mit der Multiplikation weiter. So, und dann mache ich um das Multiplikationszeichen wieder so ein Kreis drumherum, weil das ist wieder nicht die Multiplikation reeller Zahlen, sondern die Multiplikation komplexer Zahlen. Ja, und wie das funktioniert, habe ich hier aufgeschrieben. Um die Sache zu vereinfachen, schreibe ich mir erst mal als Gedankenstütze darüber, was ist A und B. Also das ist die allgemeine Regel für die Multiplikation komplexer Zahlen. A, B, C, D. Also das ist A, das ist B, das ist C, das ist D, in unserem Fall. So, und jetzt wende ich diese Multiplikationsregel, die wir so definiert haben, die wende ich jetzt an. Da rechne ich also zunächst einmal, hier sind wir jetzt, da rechne ich A mal C. A mal C, gucke ich nach, das ist U mal V. Also schreibe ich hin, U mal V. So, dann geht es hier weiter. Dann kommt ein Minuszeichen, das schreibe ich erst mal hin. Minus. So, und dann kommt hier B mal D. B mal D. Das sind hier die letzten Koordinaten, also 0 mal 0. Also schreibe ich da hin, Minus 0 mal 0. So, dann kommt das Komma, das heißt, wir wechseln zur zweiten Koordinate und da müssen wir rechnen A mal D. Das sind hier die äußeren. A mal D heißt 0 mal U. Oder U mal 0, besser gesagt. So, na, das soll ein U sein. So, U mal 0 und dann kommt noch plus B mal C, plus B mal C und B mal C ist 0 mal V. 0 mal V. So, und jetzt kann ich vereinfachen, fangen wir mal hier an. 0 mal 0 ist 0, also mache ich da nur 0 draus. So, und wenn ich 0 abziehe, tut sich nichts, also kann ich das auch wegmachen. Und hier habe ich 0 mal, äh, nee, hier habe ich U mal 0, das ist 0. Und 0 mal V ist auch 0. Und 0 plus 0 ist 0, also mache ich hier nur 0 hin. Gut, dann bin ich auf der rechten Seite auch fertig. Und jetzt muss ich wieder gucken, äh, jetzt muss ich als letztes noch dieses Gleichheitszeichen hier überprüfen. Sind die beiden gleich? Ja, ne, ich habe beide Male die gleiche komplexe Zahl erhalten. Und deshalb mache ich hier ein Gleichheitszeichen hin. Also hier, diese Bedingung ist ebenfalls erfüllt. Gut, machen wir eine kleine Zusammenfassung zum Ende des Videos. Fangen wir hinten an. Wir haben also als letztes diese Gleichung hier bewiesen. Wir haben gezeigt, es ist gleich, also gleichgültig, ob ich zunächst einmal die reellen Zahlen multipliziere und sie dann als komplexe Zahl schreibe. Oder ob ich eben sofort die beiden reellen Zahlen A und B als komplexe Zahlen schreibe und danach erst die komplexen Zahlen multipliziere. Ja, das haben wir eben bewiesen, diese Isomorphie-Gleichung hier. Die andere war noch einfacher zu beweisen. Eine bijektive Funktion konnte ich auch angeben. Und weil diese beiden Bedingungen erfüllt sind, habe ich eben gezeigt, dass R Isomorph zu einer Teilmenge von C ist. Und wenn R Isomorph zu einer Teilmenge von C ist, dann bedeutet das, R ist eingebettet in C. Ja, und da außerdem in einem anderen Video bewiesen wurde, dass C tatsächlich ein Körper ist, gelten diese beiden Bedingungen. Und das heißt eben, das bedeutet, C ist eine Körpererweiterung von R. Ja, damit sind wir am Ende. In den anderen Videos, wie gesagt, beweise ich noch, dass C ein Körper ist. Und ich erkläre euch auch mal anhand der Gruppentheorie, wie man hier diese Isomorphie-Gleichung herleitet. Also diese, beziehungsweise diese hier. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.